Ein gebeizter Lachs, auch Gravetlachs genannt, ist die ideale Vorspeise für Gastgeber, die gut vorbereitet sein wollen. Denn das frische Lachsfilet wird schon einen Tag vor dem Essen in eine Mischung aus Salz, Zucker, Gewürzen und Kräutern eingelegt. Hier sind es schwarzer Pfeffer, Zitronenschale, Wacholder, Dill. Ein Schuss Aquavit sorgt außerdem für eine feine Kümmelnote. Wir beginnen mit den Gewürzen. Zerdrücken Sie die Wacholder und Pfefferkörner in einem Mörser. Das muss nicht ganz fein sein. Schneiden Sie die Stiele vom Dill ab, zerkleinern Sie sie grob und zerdrücken Sie sie ebenfalls. Die Dillspitzen brauchen Sie erst am nächsten Tag. Mischen Sie die zerdrückten Gewürze in einer großen Schüssel mit dem Aquavit, der Zitronenschale, dem Zucker und dem Salz. Waschen Sie das Lachsfilet, es sollte möglichst gleichmäßig dick sein, kurz ab und tupfen Sie es gründlich trocken. Legen Sie den Fisch in eine flache Schale und bedecken Sie ihn schön gleichmäßig mit der Gewürzmischung. Legen Sie ein Stück Klarsichtfolie darüber und beschweren Sie den Lachs mit einem Küchenbrett. Das Beschweren sorgt später ebenso wie das Salz dafür, dass dem Fisch Flüssigkeit entzogen wird und er haltbarer wird. Nun kommt der Lachs für ungefähr 36 Stunden in den Kühlschrank, wo er die Aromen aufnimmt und sozusagen auf kaltem Wege gart. Spülen Sie die Gewürzmischung vom fertig gebeizten Lachs ab und tupfen Sie ihn gut trocken. Schneiden Sie die übrig gebliebenen Dillspitzen fein und streuen Sie den Dill auf den Fisch. Jetzt können Sie den Lachs mit einem speziellen Lachsmesser oder einem anderen Messer mit langer, dünner Klinge schräg in dünne Scheiben schneiden. Servieren Sie diese feine Vorspeise zusammen mit einer würzigen Dill-Senfsoße oder einem knackigen Gemüsesalat doch mal vor saftigen Minutensteaks oder einem herzhaften Schmor- oder Krustenbraten. Guten Appetit!